und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu lego star wars die skywalker saga wir sind fleißig oder eher nicht er ist total faul ich bin hier fleißig er weiter hüpfen gewesen die ganze zeit und habe an die 300 umrundungen schon hinterlich und wir müssen jetzt mal gucken wo wir eigentlich hin müssen explodiert das ist nicht mein problem aber der konnte nicht besonders hoch springen also normalerweise meine schon hier nicht so aus besonders hoch springen hier war doch gerade so habe ich mich gedreht und weg war das sind die schiffe so kann man da rein warum kann ich denn nicht verfügbar ach so das ist dann für das freie spiel da ist er doch wieder ja bis bald war das nicht geben wir brauchen eure hilfe hier drüben da hallo mixe braucht hilfe alle wir gehen so schnell wie wir sie können wir sie bemerken einige buchte wir müssen ihnen helfen wagen beladen schau dich so um nach bummer ich glaube das ist rundes spermium oder so das ist ja hier da aber hier ist ja was drin sehr voll da hinten ist auch was ich habe fünf gefunden da nehmen wir es noch was ich konnte nicht ziehen wir brauchen aber 20 ich habe irgendwas runter geh mal die dinger holen sind die hinten ich habe mich hier nicht mehr rein ich war doch gerade drin da war das nur verpackt das kann natürlich hochsteht da ja das geht auch nicht nein du kannst damit ist man da müssen die doch ein wieso sagst du mir das nicht guck doch mal wo die wo die sucher sind wie diese marka da musst du hingehen da kannst du was holen bei mir ja ich kann mich grad nicht drehen du musst jetzt mal hier ist ein stein aber den kann man noch nicht schon ich glaube da muss man auch hier also wir haben alle dinger geholt und ich hab die grad wohl deswegen finde ich die die ganze zeit nicht was müssen wir haben alle gefunden richtig gut alle bummer gefunden jetzt wir sie bereit für kampf fertig zeit für wohlverdiente pause äh 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 schutzschutzschild sofort aktivieren äh 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 l äh äh Man muss mit den Kugeln rüberfahren. Einen habe ich. Oder muss ich den noch abholen? Wo müssen die hin? Zu den Katapulten. Ach da. Kreize und Feuer! Karpels, wir haben Schild drin. Wir treffen uns an Angreifern. Halt zum Ziel in LT gedrückt. Hock auf! Erledigt die Sektung ganz! Ah, warte mal. Das kann man bauen. Ja toll, ich kann die Sektung kaputt machen, dann wieder zusammenbauen. Okay, lassen wir das mal. Äh, von wo? Moment, hinter mir, ne? Ja. Ich habe mir jetzt irgendwas anderes Vieh dran gebaut. Ja, du musst den Schildgenerator wieder reparieren. Den machen die kaputt, diese Mechaniken. Habe. Habe. Oh, Ipuma, schade rüßt! Oh, ist das ein Trottel? Ja, super. Jetzt ist das kaputt. Was will die Riesenkatapult da raus machen? Bauen! Bauen! Aber wo? Warte mal. Hier ist noch... Wir müssen irgendwas zum Sprengen dann später noch kriegen. Bauer Riesenkatapult. Rassuskatapult. Nichts erhofft, ey. Ähm. Geh schon mal vor. X1. Das ist die großen Dinger, glaube ich, kaputt. Ja, ja. Nimm das! Der kann nichts! Und tschüss! Wie, ich kam besser. Ich hab den auch voll platt gemacht. Ja, aber wir müssen die vorderen auch machen hier, ne? Die muss man auch platt machen. Schild weg! Schild weg! Fungern sie jetzt in großes Kacka! Wir müssen tanken! Niemals aufnehmen! Schild weg! Schild weg! Schild weg! Schild weg! Den Autopiloten ab! Schild weg! Ganz toll, Herr Zwunk! Da! Da sind sie! Nein! Äh. Das war's schon? Das war gerade mal 10 Minuten. Ja, wir müssen doch jetzt kämpfen. Autschins. 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 Ja, die kriegst du schlecht, wenn du nicht die Fähigkeiten hast. Habe ich... Ups. Habe ich festgestellt. Äh. Warte mal. Wir können hier theoretisch... Wir sind da noch nicht fertig, hallo! Ja, da stand drin, ich soll das öffnen. Hallo, was macht der hier? Hallo. Aber das sind doch sie, die ich schon hab. Ich versteh's irgendwie nicht. Nein, nicht Porträten! Was? Hä? Wir wollen keinen Porträten. Ja, da stand gerade was von Porträten. Mann, eine Schlacht beim Druiden. Wo ist denn das? Ich kann mich jetzt gar nicht hinweisen, oder ist das doch schon... Ja klar, das ist das. Aber meine ganz blöde Frage, wieso ich denn hier ne? Ich hab dir den Arsch gerettet. Mann, du wüsstest, was ich im Ringkommander alles geleistet hab damals. Was? Ich seh die überhaupt nicht. Ich hab ja auch keine Übersicht, wo die Fliegen sind. Gut. Dann noch mal. Woh, ich spiele, wo. Ich schraube hab. Woh, ich spiele hab. Woh, ich spiele hab da. wir müssen wir denn eigentlich am schiefsten und ich habe keine ahnung ich weiß nicht genau was wir jetzt wie viele wir jetzt machen sie nimmt an der schlacht teil von drüben ich bin gleich verrückt ich habe wie gesagt keine karting mehr ich bin immer was für mich auf linie nein doch das ist level starten ja aber genau wie potrennen wir wollen auch kein potrennen machen ja so kommen wir aber nicht weiter wir sind dann hier nur wie blöde in welter starte das level stadt ja ich komme jetzt doch bleiben also tue ich das auch bravo staffel die speichern das heißt es muss schwer sein da bin ich jetzt wenn die gumgans am boden eine chance haben sollen müssen wir die signaltürme zerstören los r2 schießen wir die punktürme ab ich werde versuchen zu wollen diese waldscher druiden schießen unsere leute rein weiß ab wir müssen etwas gegen sie tun hast du gehört erzwo die brauchen hilfe diese geschütze sind zu gefährlich wir müssen sie ausschalten diese geschütze machen wir platt was erzwo dieses ding richtet eine menge schaden an das sind so viele schiffe wir müssen mehr abschießen doch nee ey keine ahnung hallo ich kann mich nicht alle jäger schießt auf die geschütze wir machen ein schwer zu schaffen macht irgendwie Spaß wir machen uns 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 Er will mich irgendwie mal zurückziehen oder so. Obwohl ich ja direkt noch da dran bin. Ich hoffe, ich mache das richtig. Es klappt, der 2. Es klappt. Ja, aber wie? Ich denke, du schießt oder was? Weiß sie nichts. Hier ist nur Text. Da vorne sind Ziele, Ziele, Ziele. Das sind diese Energiekerne. Ups, das ist gar nicht gut. Wow, fantastische Droiden. Mach dir die rechte Seite, ich mach die linke. Was ist das? Verspät. Das ist genau wie Kutzen. Hey, da ist einer von unserem Haupttanker. Das Kontrollschiff der Droiden wurde zerstört. Seht. Die Knickner kaputt. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Ernennung, Kanzler. Gemeinsam werden wir der Republik Frieden und Wohlstand zurückbringen. Was wird jetzt mit mir passieren? Der Rat hat mir die Erlaubnis erteilt, dich auszubilden. Jippie! Es besteht kein Zweifel, der mysteriöse Krieger war ein Zist. Immer zu zweit. Sie sind ein Meister und ein Schütt. Hey, wir haben das Spiel abgeschlossen. Hey, ihr habt den ersten Teil von neun. Genau wie Kottrin, sag ich doch. Juhu! Das erste Mal. Dadurch sind wir wahrer Jedi geworden. Also ich, ne? Ich bin ja durch meinen Tod zum wahren Jedi geworden. Du bist, äh, ja, genau. Ich bin hochbegabt. Hochbegabt, ja. Ja. Rollen habe ich auch gemacht. Ganz wie viele. Oh. Ich meine drei. Und ein Schiff. Ja. Äh, äh, du hast die erste Episode abgeschlossen. Gratulation! Wir können uns gerade nicht bewegen. Ich liebe es, wenn immer wieder irgendwas erzählt wird. Hallo, Leute! Darf ich vielleicht mal? Achso, der hat jetzt beide freigeschaltet, oder wie? Nein, der hat jetzt die... Du kannst jetzt in der zweiten... Achso, freies Spiel. Ja, 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 ja. Okay, verstehe. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ist das doch der perfekte Moment, dass wir hier einen Cut machen, nachdem wir gewonnen haben. Zumindest das erste. Das erste. Und wir vielleicht ein bisschen leiser sein, während ich hier am Abmoderieren bin. Das ist ja schrecklich hier. Wobei ich ja eigentlich verloren habe, ne? Ich habe ja mein Leben verloren. Das fand ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht so. Boah, ich mache das jetzt. Ich glaube, hier ist es auch nicht besser. Dann darfst du demnächst auch Anakin spielen. Nee, der hat sich so komisch an als kleines Kind. Du kannst das perfekt übersetzen. Hier ist es ja wirklich nicht besser. Ich setze mal hier, aber das wird wahrscheinlich genauso laut werden. Nein. Ja, dann würde ich sagen, das war es erstmal für heute und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Ciao! Ciao!